Philipp Stahri, 10. oder 11. Runde, am zweiten Tag der Deutschen Meisterschaft in Rügen 2017. Es kann nicht gestartet werden, weil noch ein Modell auf dem Weg zur Landung ist. Jetzt ist es weg. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Aber das geht nicht. Na ja, warte mal zu. Wir lassen ihn noch mal kurz gönnen. Lassen Sie ihn noch mal kurz gönnen. Lassen Sie ihn noch mal kurz gönnen. Okay, gut. Vorbereitungszeit gestartet. Modell gestartet. 15. 15. 6 Euro. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 6. 5. 7. 7. 8. 10. 10. 11. 10. 11. 12. Schönes Ding. Neun und Letzte. 64, 11. 64.